Sie fragen sich, warum kratze ich dieser Mann am Arsch? Ich frage mich, warum schauen Sie mir dabei zu? Schauen Sie was besseres. Schauen Sie ranzige Unterhaltung vom Allerfeinsten aus dem Hohen Norden aus Stade. Vier junge Kerle und ein Teddybär haben sich zusammengefunden, um die Welt an ihren Negüssen teilhaben zu lassen. Willkommen bei RanzigTV exklusiv auf YouTube. Bis jetzt.